Alle, Franz, das Video ist echt wichtig. Meinst du, ich hab die Aufmerksamkeit von den Zuschauern? Na, brauchst halt irgendwie eine Tension-Grab oder sowas. Leute! Aufmerksamkeit! Ich bin gespannt, den Robben! Ey, sorry, Leute, echt. Es tut mir wirklich leid, dass jetzt so lange nichts kam. Sorry, Leute, sorry, Leute. Tut mir echt leid. Sorry, kommt nicht mehr vor. Okay? Ja. Sorry. Ich weiß, es ist echt unregelmäßig, aber es hat einen Grund. Ihr verzeiht mir. Oh, ist das geil, Mann. Ist das geil. Nice. Naja, dass es auf der Plattform langsam nicht mehr so geil läuft, das habt ihr ja sicher alle schon mitgekriegt. Das erzähl ich ja jetzt auch schon ein paar Monate lang. Und da hat man halt immer viel nachgedacht. Oh, hier, Abo-Box funktioniert nicht und so. Ist einfach nervig, hab ich ja schon öfter gesagt. Ja, 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 ja. Es ist einfach super frustrierend mit YouTube und Algorithmus und alles. Wenn die Leute sagen, die sehen die Videos nicht und so, das können ja verstehen, oder? Ja, ja, ja. Wenn du einfach immer kämpfst und kämpfst und da ist ein Algorithmus und der knechte dich und so, kennst du nicht? Noch nicht bisher, ne? 21. Jahrhundert, Mann. Ich sag's dir. So, I guess you might be asking now, what is he doing? Is he deleting the channel? Ne, da klebt so viel dran an dem Kanal. Das kann ich nicht einfach machen. Aber ich will's trotzdem mit einem Neuanfang versuchen. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Kanal gemacht. Robin Osterafo hatte ich früher auch schon mal einen Kanal, aber jetzt hab ich den einfach quasi neu gemacht und versuch's da nochmal. Okay. 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 What will be the stuff on? What kind of stuff it is? Yeah, I'm super talented. I can do many things. Also, ich mach' Parcours. Ich fahr' Skateboard. Ich mach' Video-Essays. Ob als Akteur, hinter der Kamera oder im Schnitt, mein Leben als Prank-Youtuber hat mich oft die Gesellschaft genau beobachten lassen. Schreibe Lieder. Lass uns richtig wildes Padding treiben, doch drauf achten, dass wir unanstößig bleiben. Ich singe auch und spiele Gitarre. Ich erschleiche mich für eine Messe, Presse, Pässe oder gar Organ im Darknet. Das interessiert mich nicht, am liebsten höre ich. Ich schreib' Gedichte. Herzlich Willkommen aus der RAFO, mein Name. Nicht der Vampir. Ich saug' kein Blut einer Dame, sondern eine Idee aus dem Finger, um euch zu überzeugen. Ich sei der Bringer. Bisschen Prank-Videos manchmal und bin Influencer generell. Hast du was dagegen, wenn ich meinen grauen Wurm, meine kleine Dorne, in deinen Rosengarten verstecke? Ja, ich mach' seit neuestem auch Let's Plays. Ja. Es ist ein sehr unieke Take-on-Gaming. Oh. Ja. Es heißt, I hate my life LP. Okay. Ja. Ich hatte grad'n Brief im Brief, Carsten. Da steht, du bezahlst deine Rundfunkgebühren nicht. Du weißt hoffentlich, was das heißt. Hast du davon, du scheiß Volksverräter? Bin mir relativ sicher, dass ich hier irgendwie ein Gleichnis auf meiner YouTube-Karriere versteckt. Ich bin schon echt verdammt beeindruckend. Ja. Sagt euch zu, oder? Wir haben einen Freund bei dir. Ja, beide einen Freund. Aber wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal hätte, wo ich Videos machen würde, würdet ihr euch angucken? Ja. Nice. Also, jetzt kommt der Part für die, die es gar nicht verstehen. Ja, also. NostarafoTV bleibt beim Alten. Hier geht's supergeil weiter. Alles supernice. Neue Videos kommen. Supergut. Nostarafakt ist aber tot. Und dafür gibt's einen neuen Kanal. Komm an Nostarafo. Wo Nostarafakt-Content kommt und noch mehr. Viel geilere Scheiß. Kommt vorbei. Ihr habt ja gesehen, was da ist. Und jetzt kommt nämlich der Part, der eh einfach auf den Sack geht. Kannst du bitte mal meinen YouTubes abonnieren. Kannst bitte schön die Glocke läuten. Hallo. Kannst du mir vielleicht auch ein kleines Abo hier rein spenden. Einmal Favo hier rein spenden. Einmal fünf Sterne hier rein spenden. Ich hab keine Zustellung. Bei YouTubes. Entschuldigen Sie, haben Sie mal drei Dollar im Monat? Ne, leider nicht. So ein Abo kostet auch nichts. Ladies, ich habe einen YouTube. Ich habe einen YouTube, Ladies. Entschuldigen Sie, wenn ich einmal mit einer richtigen Sache Ihr Telefonat unterbrechen könnte. Könnten Sie hier ein Abo-nummer rein spenden? Leute! Public Service Announcement! Neuer Kanal! Abuf, Abuf, Glocke! Entschuldigen Sie, können Sie einmal auf die Glocke drücken? Können Sie die Belle auf meinem YouTube-Channel ringen? Ja, was ist dein Kanal? Robin Nosterrafu. Nein, du musst es nicht machen. Du bist so freundlich. Danke. Kommt, wir gucken uns das mal an. Es wird geil. Los!